In Baden-Baden-Kisomba-Tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du im Bereich Kisomba-Tänzerisch richtig, richtig glücklich wirst im Umkreis Baden-Baden. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome, Mac Cray. Und ich liebe es, und das sage ich immer wieder gerne, ich liebe es, Menschen tänzerisch glücklich zu machen. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich möchte dich in Bezug zu Kisomba im Umkreis Baden-Baden-Tänzerisch glücklich machen. Das bedeutet, ich möchte dein Kisomba-Wegbegleiter sein. Und hierfür der Vorschlag, ich möchte es schaffen, dass du dich entscheidest, dass ich dein Kisomba-Tanzlehrer werde. Dein Kisomba-Privat-Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über einen ALETV, IHK, World Dance Council, Gütesiegel, ausgebildeten, Prädikats ausgezeichneten Fachmann für deinen Kisomba-Erfolg dich hier nach vorne katapultieren zu lassen, das bedeutet, dass du einen Kisomba-Tanzlehrer für dich beanspruchst, der zu dir nach Hause, in deinen eigenen Verwänden, bei dir daheim oder an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort kommt, das bedeutet, ich komme gerne, gerne als dein Kisomba-Privat-Tanzlehrer an einen Wunschort von dir und bringe dir dort vor Ort für deinen Kisomba-Erfolg dir das Kisomba-Tanzen bei. Wenn das eine Lösung für dich sein kann und das ein Vorschlag ist, den du dir gerne anhören lässt, dann der Vorschlag, lass uns telefonieren über die Nummer 0176 840 44 661 oder du nutzt eine der Möglichkeiten des Kontaktformulars, wenn es darum geht, dass du im Bereich Kisomba nach vorne katapultiert bist. Im Endeffekt spannen wir dich dann über das Telefonat, dann durch die Terminfindung in mein Kisomba-Katapult und ich schieße dich, katapultiere dich in dein Kisomba-Til hinein und möchte dich auf dem Weg des Fluges begleiten, dich im Ziel auffangen und dann beglückwünschen zu deinem Kisomba-Erfolg. Also der Weg ist gewappnet, allerdings fehlt das Telefonat. Lass uns telefonieren für deinen Kisomba-Erfolg. Die Nummer ist die 0176 840 44 661.